Leute, wir haben jetzt gerade 3 Uhr morgens, ich habe gerade noch ein Video geschnitten. 12 Uhr mittags fahren wir zu ABK und aus diesem Grund habe ich mir natürlich was Schönes zu Ihnen ausgedacht. Und zwar habe ich ihn mal gefragt, was so eine Bordbreite der liebe ABK fährt. Und er meinte, er fährt 7,75. Und aus diesem Grund kommt ein nagelneues Brett von mir. Ruthless Fam, Leute, unten in der Beschreibung steht der Link. Vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die schon bereits bestellt haben. Ihr seid wirklich krass unterwegs, Leute. Das ganze Club-Tab werde ich jetzt auch natürlich für ihn drauf machen. Leute, ich bin mega gespannt, was ABK zu dem Bord sagt, wie er sich freuen wird. Leute, schreibt es in den Kommentaren, falls ihr mehr mit ABK sehen wollt. Würde mich wirklich mega interessieren. Ich packe jetzt noch meine Tasche und fahre da los. So, Leute, wir sind jetzt hier an einer Tankstelle noch kurz vorbeigefahren. Und natürlich haben wir uns gedacht, niemals mit leeren Händen. Peter hat sich hier natürlich für ABK die Bifi, Halal Bifi, ausgedacht. Na gut, ob die so Halal ist, das fragen wir gleich ABK. Fragen wir. Ich, weil er auf ältere Damen steht, sagt er jedes Mal in den Videos, eine Zeitschrift, wo Helene Fischer drauf ist. Und ganz groß noch drauf steht, Helene Fischer in großer Gefahr. Denn, damit der Abend zum Schlafengehen noch ein bisschen Spaß hat. Salam alaikum, was genau? Bruder, was hast du da angemacht? Arabischer Sankoku, aka ISIS-Kämpfer. Direkt Kanal, gelb, oder? Geht direkt, oder? So, ist Orange, Gelb, oder? Nicht ein Video, ich wusste. Virus, infiziert, die, falls ihr das sehen, er bildet ISIS-Kämpfer aus, wie sie gerade sehen. Spahn, Alter, ich war gerade noch beten, ich weiß auch nicht, warum. Geil, Alter. Ich hab dir was mitgebracht, oder wir haben dir was mitgebracht. Guck mal, ähm, du stehst doch auf ältere Frauen. Mach ich gar nicht, hör euch das an. Du stehst doch auf ältere Frauen, okay. Bruder, was hältst du von Helene Fischer? Sehr geil. Hier einmal für dich, okay, ich hab leider kein... Oh, Bruder, wenn es jetzt schon losgeht, Bruder, hier, bekommst du auch noch. Ich bin, dass meine Mutter siebt. Bruder, das Ding ist, die ältere Frauen, die ich meistens kennenlerne, die können gar nicht mal schwanger werden, weil die schon zu alt sind. Ich hab leider keine richtig versaufte Zeitschrift gefunden, aber ich hab auch schon mitgedacht, so wegen Eltern und so weiter. Genau, das mag ich an dir, Bruder, wirklich. Kann ich, kann ich nicht bringen, aber im Kanal ist auch so schön, hab ich schon gemerkt, wo ich, wo ich Video dich in einem Titel reingepackt hab, mein Video ist direkt gelb geworden. Aber jetzt, was ich gerade merke, Bruder, hier sind, glaube ich, mehr Männer als Frauen drin in der Zeit, Bruder, das ist irgendwie gar, jetzt sehe ich, gleich Krebs und so aus Kaffee, Bruder, was ist das? Rätsel, Spaß für Frauen sind, Bruder, sie zahlen, das ist Mathekuchen, das ist Kaffee, Bruder, Bruder, warte mal, wo sind denn die Frauen? Die ist krank, hat Aids, Bruder, was hast du mir hier gebracht? Die blonde Kaffee, die ist geiler, guck mal, Zähne, wie perfekt die, Bruder, Bruder, so was mag ich, wenn die so abends, so Gala gehen, und zwar diese elfteren Frauen, dann gehen die mit ihrem Mann dahin, dann möchte ich mir direkt ausspannen, Bruder. Ich will gerade wirklich gelten, hör auf, warte, wenn die Kamera raus ist. Ich würde einfach mal sagen, wie ihr sehen konntet schon, wir sind jetzt hier bei ABK und heute wird ordentlich durchgehasselt. Hallo, ich wollte gerade sehr gewaltig, dafür habe ich jetzt ein bisschen Hunger, ich wollte gerade sehr gewaltig von ein paar Männern, jetzt habe ich Hunger auf Pizza bekommen. Jetzt hast du Hunger auf Pizza bekommen. So nach dem Sex wird sowas mal gut. Bitte? Nach dem Sex wird sowas mal gut, ne? Das ist super gut. So ist doch mit Fremden nicht so viel sprechen, ne? Komm jetzt rein, die Bokalke-Party ist noch nicht freundlich. So eine Party doch. Vielen Dank. Er ist ein Nimmersatt, also, wollt ihr wollen? Ja, ist ja für ihn alles. Nein, aber. Wir wollen auch gerade die Hose zunehmen. Vielen Dank, ja? Viel Spaß. Ich wollte die Bullen und ruft, weiter, dann viel Spaß, so, fick ihn weiter, reiß ihm weiter die Hose auf. Oh mein Gott, Leute. Mama, ich kann nichts dafür. Du hast mir gesagt, ich soll immer mit Männern chillen, ich muss Frauen. So, ähm, wir packen gerade die Sachen zusammen für ein Video von EinfachPetra. Also, wir schauen auf dich, ich habe mir die Kamera stattgefunden. Also, Bruder, du musst sagen, unglaubwürdig klopfen, dass du sie gerade bei ihr hast. Ja, meine ich Kamera stattgefunden. Du bist so größer und so besser. Ich ziehe Krone an den Knosseln. Das ist von dir, ob der vorführende? Warte, Herr, das schau nicht. Achso, weißt du, das ist unglaubwürdig. Ich habe mir das gemacht. Was haben die vor, die Jungs? Seit ich hier bin, nur am Lachen, Bruder, für dir ist das... Seitdem ich den Kennabend schuhe, steht auf Männer. Ey, drei Minuten, dann musst du mal reinkommen. Hab den Umzug genommen, oder? Umzug vom Zimmer, ich glaube, um zu den Bruder. Ich bin so, dass ich so... Ich bin so, dass ich so... Der hat mich 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 so... Ich hab mich so... Ich hab die Lüge... Ich hab dich... Ich hab mich so... Ich hab mich so... Ich hab mich so... Das ist jetzt auch so... Ich hab dich so... Ich hab dich so... Umzug nach welchen Wallen aus Ausgebögen... Die Tür abhängen... Die Tür... Nein! Was ist das denn... Heike, sind die Schlüge... Heike, sind die Schlüge. Das ist easy, Bruder. Wir müssen nur hochtreiben. Das ist nicht der Bruder. Nein, du lügst, dann macht der Wind ab. Hallo! Oh! Und jetzt sieht er... Ah! Mann, du hängst dich, Alter! Also erstmal für den ersten Tag zwei Videos jetzt gedreht. Peter hat ein Video noch gedreht. Reaktion auf mich heißt Molly gedreht. Und dann nochmal eine Schätzfragen-Challenge gegen einen Lehrer, ja. Weil es heißt ja immer, ich bin hier IQ minus 20. Heute reicht es jetzt erstmal. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann wieder morgen. Denn morgen werden Skate-Videos gedreht. Zwei Stück. Erster Drehtag jetzt erstmal vorbei. Morgen 12 Uhr. Skaten habe ich gehört. Und jetzt geht es erstmal schlafen. Schlafen. Geil, ja. Bist du müde? Sag Gute Nacht zum Morgen. Gute Nacht, ich stelle aus. Tschüss.